Hallo, folge mir auch bei Facebook oder bei Instagram. Suche einfach nach Kitchengranny, dann findest du mich. Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Für mein tolles Dessert habe ich zuerst natürlich Vanillepullin gekocht, ganz normal, wie es auf der Verpackung drauf steht. Mit Milch kochen und dann Vanillepudding, was ich vorher mit Milch schon ein bisschen aufgelöst hatte und mit Zucker einfach dazugehen. Fertig ist der Vanillepudding. Den Vanillepudding habe ich dann in zwei Gläser gefüllt. Hier kann ja jeder Schüssel oder Gläser nehmen, wie er gerne möchte. Und dann habe ich dann in zwei Bl proverb, wie erраст Vanillepudding entgegen espertzu. Und dann können wir den Pinellepudding wieder rassurieren. Und dann bin ich dann, wie es viele Sachen aus hautendern, was ich z101yssy orientalische Eloherrspunst, die vielleicht mit zwei Frere P Psychologie sehen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann probiere doch den Kakiflan so, pur. Du kannst den Kakiflan natürlich auch mit Mandelsplitter oder gehackten Nüsse oder vielleicht auch mit Kokosraspeln probieren. Viel Spaß beim Experimentieren. Mir hat das Rezept so sehr gut geschmeckt, wie du gleich sehen wirst. Vielen Dank für deine Zeit auf meinem Kanal. Lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. So ihr Lieben, ich möchte jetzt natürlich meinen Pudding mit dem Kakiflan probieren. Mmmh, lecker. Hülye 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 Untertitelung. BR 2018